Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Jubelt. Es ist wieder Lichtschwerzeit. 0815 Star Wars Content halt. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Jedi Nerds, dem Star Wars Podcast. Und hier ist der Meister mit seinem Schüler. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Jodas Putzgehilfe. Michael, hallo. Ja, hallo. Mir fiel nur gerade nichts Besseres ein. Ich wollte dich nicht beleidigen. Ich musste spontan sein. Ja, passt schon irgendwie. Und dann kommt mein inneres Böses wieder raus. Weil ich über diese zwei Folgen gar nicht so viel Schlimmes sagen kann. Ha, wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ja, und dann kriege ich das alles ab, oder wie? Ja, irgendwo muss es ja raus. Also die Show, bei der wir alle 14 Tage über zwei Folgen von Star Wars, im aktuellen Fall Ahsoka, reden. Und bevor wir in die Folgen eintauchen und unsere zwei Cents, unseren Zenf, unsere Meinung dazu geben. Michael, wo könnte man denn noch mehr von uns hören? Und vor allem Sehen. Sehen. Sehr guter Einstieg. Jetzt muss ich gerade mal meine Worte finden, weil irgendwie habe ich dann doch nicht viel Podcast in letzter Zeit im Kopf gehabt, obwohl ich viel Podcast im Kopf gehabt habe. Denn ihr könnt uns einfach sehen auf der neuen Webseite, auf der niegeltagelneuen Webseite, der nerdizismus.de. Schaut doch einfach mal drauf, denn wir haben uns mal im neuen Gewand gezeigt. Das Wichtige ist nämlich, dass ihr hier nicht nur sowieso unsere ganzen Casts sehen könnt. Von den Hero-Nerds über den Track-Nerds bis zu den Jedi-Nerds und, und, und. Wir haben jetzt auch wirklich einen großen grünen Button oben, wo drauf steht Feedback. Und wenn ihr auf Feedback klickt, dann seht ihr schon, dass ihr uns schreiben oder reinsprechen könnt. Beispielsweise per WhatsApp an die 01525-964-7709. Oder ihr schreibt uns eine klassische Mail an die Info at nerdizismus.de. Oder diskutiert fleißig mit auf nerdizismus.de slash Discord. Und das findet ihr neben vielen anderen Sachen auch auf unserer runderneuernden Webseite, wo es einfacher ist, als je zuvor, sich über uns zu informieren und so das, was wir so machen. Und vor allem freuen wir uns natürlich auch über Reviews. Da haben wir in letzter Zeit irgendwie gar nicht so viele gekriegt. Also von daher, seid doch mal so nett und lasst mal ein paar Sterne da. Das wäre echt so cool, weil es hilft auch dem Algorithmus und dann wird die Show besser gefunden. Und wir freuen uns auch ganz, ganz besonders. Und was auch neu ist, ist, dass wenn ihr auf nerdizismus.de slash Shop geht, dann könnt ihr Merch von uns kaufen. Gibt es Tassen und T-Shirts mit allen Logos drauf. Und es gibt sogar einen Strampler, sehe ich gerade. Und Mauspads. Und ja, guckt doch einfach mal rein. Da ist bestimmt für jeden was dabei. Es ist auch nicht übermäßig teuer und wir wären da auch nicht reich dran. Aber ich sag mal so, ihr habt ein Stückchen Nerdizismus oder Jedi-Nerds zu euch nach Hause geholt. So. Perfekt. Und falls ihr irgendeinen Wunsch an besonderen Merch habt, wir können auch noch ein bisschen hinzufügen. Das ist so jetzt so die Basis. Wir sind da selber noch am experimentieren und freuen uns auf eure Vorschläge. Ganz genau. Hüpfen wir in die Feedback-Ecke. Da haben wir eine sehr lange Mail von Michael bekommen. Und ich finde, lange Mails verdienen es, dass man sie auch berücksichtigt. Und deswegen wollen wir doch mal schauen, was der Michael uns zu schreiben hat. Hi ihr beiden. Ich schätze wirklich Michael. Also jetzt bist du gemeint. Optimismus, wenn es um die Einschätzung einer bisher eher größtenteils unterdurchschnittlich rezipierten Serie geht. Sofern Michael Ahsoka zusagt, fair enough. Zudem lockert das den Podcast auf. 90 Minuten mit zwei Leuten, die einer Meinung wären, wäre sicherlich ermüht. Ja, das können wir glaube ich so unterschreiben. Ich komme jetzt besser zu meiner Sicht auf Ahsoka. Es ist wieder eine Disney-Star-Wars-Serie, welche die qualitativen Eckpfeiler der meisten Serien fortsetzt. Davey Lohny inszeniert die Serie als großen Aufgalopp für seinen kolportierten Star-Wars-Film, in dem alle Handlungsstränge zusammenlaufen sollen. Leider bereitet die Serie das Feld für mich dafür nur mäßig vor. Wieder einmal ist es sehr viel Füllmaterial. Viele Informationen werden mehrfach in Dialogen aufgegriffen, damit auch nicht ein einziger Zuschauer zurückgelassen werden muss. Dazu dieses Anstarren, sobald zwei oder mehr Charaktere miteinander interagieren. Ein guter Schnitt hätte aus den ersten beiden Episoden eine einzige gemacht mit einer Lauflänge von 40-45 Minuten. Das Füllmaterial, das damals im linearen Fernsehen dazu diente, die Übergänge in und aus Werbepausen so zu gestalten, dass gerade nichts Wesentliches passierte, ist hier von mir aus unerfülllichen Gründen immer noch enthalten. Findet ihr Ahsoka spannend? Führt die Inszenierung dazu, dass sich ein Wettlauf gegen die Zeit entspinnt, um Thrawn aufzuhalten? Ja, nach diesen ersten zwei Folgen, die der Michael ja hier bewertet, würde ich ihm ja noch recht geben, aber dann kam mir die Folge 4. Darüber hinaus, was schreibt Sabine dazu, zu einer Jedi zu werden? Ja, auch das, also es wird halt im Grunde genommen alle Fragen, die du hier aufmachst, lieber Michael, werden natürlich jetzt im Laufe der Zeit dann beantwortet, aber ich bin völlig bei dir, hätte man in einer Folge abhandeln können. Welche Ziele verfolgen die Charaktere generell? Warum muss es immer eine Karte sein, auf der gesucht wird? Ja, warum taucht Thrawn nicht einfach auf? Warum kann Hera Sedula nicht als General selbstständig zumindest eine kleine Flottille von Schiffen zusammenstellen, um die offensichtlich imperialen Vorgänge in der Schiffswerft zu ergründen? Oder anders, wie viel Valium hat der neue Rat der Republik eingeworfen? Und dann kam das Fragment einer Episode mit Folge 3. Welche Vibes Star Wars laut Michael verbreiten möchte? Meine Hauptwelt war das Starkkopfschüttel. Ein richtiges Bad der Selbstreferenzen in New Hope. Endlich wieder Training mit einem Helm. In New Hope hatte die bessere Ausführung. Und piu piu piu, Lasergeschütze. Don't get too cocky, Sabine. Lichtschwerter sind nicht mehr tödlich. Warum sollten jetzt Turbo-Laser es sein, die ein Schiff mehrfach treffen? Das große Duell mit den Angreifern war ausgesprochen Cortez-Grober-Unfug. Spätestens nachdem das Schiff tot im Weltraum zu treiben begann. Ahsoka schlüpft in gefühlten Nullzeit in den ein Wunder passenden Raumanzug. War bestimmt nur schlechtes Editing. Gut, dass die Schilde sie nicht nach dem Aussteigen zerschnitten haben. Oder waren die etwa aus? Nein, natürlich feuert man auch auf sie und fliegt schön mit Abstand von wenigen Metern an ihrem rasenden Tempo vorbei, damit sie fluchsein Angreifer zersägt. Das ist ganz schlechtes Drehbuchschreiben, was aber scheinbar akzeptiert wird. Wir sprechen hier immerhin von einer Serie, die im Rahmen von 100 eher 150 Millionen Dollar realisiert wurde. Wenn da nicht Geld für einen Drehbuchschreiber drin ist, der was drauf hat, wird es wirklich bitter. Wenn ich mir das, was ich da so sehe, durch Sekundärquellen im Internet und YouTube erschließen muss, zu einem besseren, kohärenten Bild, dann wird es unsäglich. Die Zuschauerzahlen von Ahsoka sind meines Wissens weit weg von dem erwarteten Triumph, den sich Disney ausgemalt hat. Ah, da haben sie zumindest letztens mal eine andere Zahl kolportiert von 14 Millionen Zuschauern. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage, 14 Millionen von was? Das kann halt auch wieder alles sein. Wie schlimm die Lage ist, wird meines Erachtens dadurch verdeutlicht, dass Disney von 14 Millionen Views spricht innerhalb der ersten sechs Tage für die ersten beiden Folgen. Wobei Views eher nach einem Kniff und nicht nach einem feststehenden Begriff klingt. Wie viele Views beispielsweise die anderen Serien hatten, unter dem nicht ganz unwesentliche Aspekt der Vergleichbarkeit, bleibt natürlich offen. Macht weiter so, ihr beiden. Viele Grüße, Michael. Ja, das mit den Views, da haben wir auch eine Pressemeldung dazu gekriegt. Da bin ich auch über das Wort Views gestolpert. Ha, Zuschauer, Abonnenten, okay, aber Views, ich meine, allein du hast ja die Folgen zweimal gesehen. Ja, das stimmt, aber wir sind halt weiterhin in der Zeit, haben wir ja schon öfter erwähnt, wo wir Content gucken und wo so eine neue Star Wars Serie längst nicht mehr die Aufregung erzeugt, die eine Star Wars Serie mal hatte. Was aber interessanterweise sich mittlerweile ändert, wenigstens in dieser Serie finde ich das. Aber ja, ich lese mir gerade nochmal aktuelle Zahlen durch und die sind nicht so, ja, die sind nicht so sehr beschönigend. Aber das ist ja die ganze Sache bei den Streamingzahlen. Die ganzen Streamingdienste, die halten ja immer so hinterm Berg. Und da hat Netflix mit angefangen und da haben sich andere schön daran orientiert. Jetzt merken nur so langsam die Investoren und alle, die da irgendwas, ein Steak drin haben, dass das natürlich auch eine ziemlich krasse Taktik ist, um die Verluste aus zu, ja, zu beschönigen, die solche Streamingdienste bringen. Und Disney Plus scheint extrem zu leiden. Ich glaube, die alten Nielsen-Zahlen waren jetzt auch nicht unbedingt das Beste, was man hatte. Zumindest konnte man sich auf ein paar Zahlen einigen. Und jetzt lest man von irgendeinem Samba-TV, der ein externer Dienstleister ist, der Zahlen von 1,2 Millionen Haushalten hat, die sich das anschauen. Trotzdem ist es, wir kriegen einfach nichts mit. Wenn die, wenn die, wenn die, wenn die Dienste ihre eigenen Zahlen nicht offenlegen, ist es einfach nur geratet, was wir hier haben. Ja, ich sag mal so, ich hatte ja die Google-Trends dazu zugrunde gelegt, da hat sich Ahsoka durchaus auch wieder etwas schlafen gelegt. Es ist also jetzt nicht bei dem großen Hype geblieben. Ich glaube einfach, dass man bei dieser Serie, also die vierte Folge hat mich durchaus krass versöhnt mit vielem, muss ich ganz ehrlich sagen. Die dritte Folge, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, Alter, ist das ein Scheiß. Also die dritte Folge fand ich wirklich grausam. Also absolut grausam. Das ging eben los mit der besagten Copycat von der Trainingsszene mit Luke und so weiter. Und setzte sich dann also wirklich fort bis zu dieser völlig absurden Weltraumschlacht. Es war absolut grotesk. Und als dann Ahsoka auf den, als dann Ahsoka aufs Schiff draufsteigt, da kommen wir dann gleich noch zu, da habe ich wirklich also Kopftischplatte. Und es war auch wirklich so krass unspannend inszeniert, wie viel Treffer hält dieses Schiff aus. Es gab überhaupt kein Feedback. Es war wirklich schlecht inszeniert. Man vergleicht die gleiche Verfolgungsjagd mit dem rasenden Falken, um mal beim alten Wort zu bleiben, vom ersten Todesstern weg mit den TIE Fightern. Da ist Action drin, da weiß man ungefähr, worum es geht. Es wird einem gesagt, die Schilde da hinten ist schon kaputt und so weiter und so weiter. Und hier, das Schiff hält ewig viel aus. Du kriegst überhaupt nicht irgendwie mit. Ist es jetzt kritisch? Ist es jetzt irgendwie nicht kritisch? Oder worauf soll ich jetzt da eigentlich gucken? Es ist seltsam gewesen. Und die vierte Folge hat mich dann durchaus wieder versöhnt und ein bisschen abgeholt. Aber was mich richtig, richtig ärgert, ist, dass ich beim letzten Mal, also dass mir bei der ersten Folge schon was aufgefallen ist und ich vergessen habe, es bei der letzten Folge zu besprechen. Jetzt kann natürlich keiner, jetzt kann ich natürlich nicht behaupten, ich habe es vorher schon gewusst. Verdammt, Dark, ich habe es vergessen. Kannst du dir vorstellen, was? Ich habe keinen Plan. Wenn du, wenn das Intro kommt, dann skippen ja diese Helme durch. Ja. Und dir ist bestimmt aufgefallen, dass die Helme immer blau und rot sind. Ja. Beziehungsweise ich skipp das meistens durch. Ich sage Disney, ja gerne weiter. Also, ich sage dir jetzt mal die Farben der Helme, die man da sieht. Ja, warte mal eben. Das ist mir beim ersten Mal sofort aufgefallen. Das ist übrigens immer so. Es geht los mit Vader, der ist natürlich rot. Genau. Dann kommt C-3PO oder zumindest ein Protokolldroide, der ist blau. Dann kommt ein Klonkrieger, der ist blau. Vielleicht kommt noch Rex, Captain Rex oder Commander Rex, Captain Rex, weiß ich. Dann kommt so einer von diesen Assassin-Droiden, der ist rot. Dann kommt Marok, also unser mysteriöser Krieger, der ist blau. Dann kommt Wang, der ist blau. Dann kommt ein Stormtrooper, ein Klassischer, der ist rot. Dann kommt Chopper, der ist blau. Und dann kommt der Helm von Sabine. Und der ist rot. Ja, ich skippe es gerade auch nochmal durch. Aber der ist so ein gewischtes Rot. Ja, genau. Richtig. Es ist so ein bisschen so ein gewischtes und gemischtes Rot. Genau. Ja, genau, es blitzt so einmal darüber. Was ich mich aber jetzt frage, dieser Marok, ich meine, trotz aller Theorien wurde das ja relativ schnell aufgelöst, dass da irgendwas seltsames ist. Ja, aber das war ja deutlich zu sehen Gegner, außer jemand in der gleichen Uniform taucht nochmal auf. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was es damit auf sich hat. Ist mir bisher, korrigiert mich, liebe Hörer da draußen, im Star Wars Lore nicht bekannt, dass sich jemand in Staub auflöst, wenn er von einem Lichtschwert getroffen wird. Sollte das vielleicht irgendwie nur eine Force Projection sein? Aber warum sollte sie sich dann in Rauch und Staub auflösen? Ich habe gelesen, dass das vielleicht was mit den Hexen von Dathomir zu tun hat. Vielleicht war das halt nur so ein Zombie oder sowas. Aber uns wurde da nicht viel zu erzählt. Ich meine, wir hatten ihn als Gegner dabei und Ahsoka scheint jetzt nicht besonders überrascht zu sein, als er sich in Rauch auflöst. Und weiterhin gebe ich der Serie so ein bisschen den Benefit of the Doubt, weil die haben uns ja jetzt schon doch ein paar Dinge erklärt und ein paar Dinge offengelegt, die in den ersten beiden Episoden nicht so deutlich waren. Und ich habe ein ganz anderes Urteil über die dritte Episode. Ja, an manchen Stellen war sie ein bisschen holprig, aber für mich kam dann dieses Gefühl von Urgency, diese Spannung, doch mehr auf. Vielleicht aus dem Grund, weil ich nicht ganz so drin bin in dieser ganzen Rebels-Sache. Aber trotzdem fand ich die, also ich fand erst mal es einen netten Einstieg. Ja klar, diese Training-Sequenz haben wir schon öfters gesehen, ist ja auch okay. Trotzdem hatte das für mich so ein bisschen was, wie der Huang da mit ihr trainiert hat von General Grievous mit seinen vier Armen. Und ich fand es nett, so eine Szene zu sehen. Wir haben ja, ich habe ja am Anfang gesagt, wir haben diesen Titel-Scroll, also geht es scheinbar wieder um irgendwie die Mainline und wieder Jedi und wann haben wir dieses Training zuletzt gesehen? Na gut, Rey brauchte ja kein Training, die konnte ja sofort alles. Genau, also ja doch, wir haben ja eine kurze Szene da gesehen, wie sie ein bisschen das macht. Aber so in der Form, auch mit dem, was da in Befehlen aufgesagt worden sind. Ich meine, vielleicht ist das etwas, was Rebels und Clone Wars-Gucker so kennen. Aber im Live-Action hat man das jetzt wirklich schon länger nicht mehr in der Form gesehen. Deshalb, für mich hat das gepasst. Ich fand es ganz nett, das anzuschauen. Ich fand auch nett, die Lehren, die da rausgezogen worden sind. Also so ein typisches Training, was für mich noch mehr sogar Matrix-Style hatte als Star Wars. Ja, weil sie mit den Kendo-Schwertern da rumhüpfen, ja. Genau, genau. Und auch dann, man kriegt wieder einen Eindruck davon, wie die New Republic scheinbar funktioniert oder nicht funktioniert, dass da einiges kaputt ist. Und dass man sich als ehemaliger Rebelle dann doch wieder auf seine Urinstinkte verlassen muss. Und auch den Weltraumkampf. Es mag einerseits daran vielleicht liegen, dass die Effekte meiner Meinung nach extrem gut waren diesmal. Absolut. Da lassen die sich diesmal nicht lumpen, im Gegensatz zu vorherigen Serien. Ich meine, gut, im Weltall sah das immer schon einigermaßen gut aus, was sie uns gezeigt haben. Aber ich fand es interessant, diesen riesigen Ring zu sehen, wie die da rumgeflogen sind und eigentlich auch gar keine Chance hatten. Ja, sie wurden ein paar Mal getroffen und scheinbar hat dieses Schiff dann einiges aushalten können. Aber dass Ahsoka auch wieder dieses Selbstbewusstsein hat, einfach in seinem Weltraumanzug darauf zu treten und dann die abzuwehren, wo ich mich erst gedacht habe, wie soll das denn funktionieren? Ich fand es spannend. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Und das erste Mal in dieser Serie ist für mich wirklich dieses Gefühl von Spannung, dieses Sense of Urgency, diese Eiligkeit aufgekommen, weil die scheinbar da was aufhalten müssen, was sie nicht rechtzeitig aufhalten bekommen. Und auch diese Wale, die aufgetaucht sind. Ich habe Rebels nicht gesehen. Deshalb war das für mich was Neues. Deshalb war das für mich interessant, dass diese Viecher da waren. Also ich hatte schon einiges, was ich visuell aus der Folge rausziehen konnte, weil man hatte vom Trainingsraum bis zum Weltraumkampf bis zur Landung auf dem Planeten. Der aussah wie aus Star Trek 2009. Das stimmt. Das sah aus wie, ich fand noch, nee, ich fand noch mehr, der sah aus wie der Planet auf dem riesigen, auf dem neuen Todesstern. Ich komme jetzt schon wieder nicht auf seinen Namen, wo dann Rey und Co. gekämpft haben mit dem... Ach ja, stimmt, der war auch schon. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, Star Killer. Das sah für mich nach diesem Kampf aus. Und ich finde, es hat eine nette Optik. Ja, vielleicht meine ich es nicht ganz so gefühlt professionell in der Kamerahandhabung umgesetzt. Aber insgesamt hat für mich die Serie mit dieser Folge begonnen, weil es auch viel kurzweiliger war als alles andere und man so ein bisschen endlich die Introduction, die Einführung hinter sich lassen konnte. Absolut. Also wäre das die erste Folge gewesen, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm gewesen, dadurch, dass das jetzt halt dann die dritte war und ich die ersten beiden halt sehr langatmig fand. Wie gesagt, wenn man auf Menschen steht, die die Arme verschränken und genervt gucken, dann bist du da ja natürlich absolut genau richtig. Und die dritte Folge war für mich wirklich grausam. Also ich fand es ganz schlimm. Es war alles, wie auch in den ersten beiden Folgen, schon x-tausend Mal gesehen. Es war wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und ich möchte jetzt in Zukunft ein bisschen versuchen, bei Star Trek und Star Wars überhaupt bei unseren ganzen Nerd- und Fantasy-Serie das Wort Realismus zu verweiden. Weil ich will nicht sagen, das ist ja völlig unrealistisch, sondern ich möchte gern zum Wording hin zu sagen, das ist innerhalb der Welt unglaubwürdig. Vielleicht ist das der bessere Ausdruck. Und ich fand halt so oft, wie dieses Schiff getroffen wurde, fand ich das halt innerhalb der Welt unglaubwürdig. Dazu habe ich mir auch mal so gedacht, so kommt nicht mal irgendwann irgendein großes Basisschiff mal auf die Idee, halt vielleicht doch mal was zu erfinden, damit sie kleine Feiter abwehren können. Ja, das ist anscheinend immer noch nicht durchgedrucken. Und das hat für mich alles irgendwie so, ach, es war die, 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 die Spitz, die steht nur da und hat die Arme hinterm, 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 hinterm Rücken verschränkt und macht halt sonst auch nichts, außer Michelle-Joh-Challon. Ja, aber für mich jetzt wirklich die Frage, und wie gesagt, ich habe ja Rebels und Clone Wars nicht gesehen, ich habe mir jetzt nur letztens von Screen Crush diese komplette Zusammenfassung einmal durchgeschaut und das hat sich so angefühlt, als würde einmal komplett Star Wars erklärt werden. In diesen, in diesen 30 Minuten, wo wirklich du Versatzstücke aus den Animationsserien bekommen hast, wo die wildesten Sachen passiert sind, hat das für mich in den Ton reingepasst. Und ganz offensichtlich hat ja Filoni hier einfach eine Animationsserie in Live-Action umgesetzt. Also alles, was er vorher mal aufgebaut hat, passt hier auch wieder rein. Das mag vielleicht nicht in die Realität der Live-Action-Serien oder der Live-Action-Filme so gut passen. Aber von dem, was ich bisher so gesehen habe, passt das doch sehr gut in diesen ganzen Style der Animationsserien rein. Das ist irgendwo richtig und klar, wenn ich es als Animationsserie sehe, dann würde ich wahrscheinlich innerhalb einer solchen 3D-Show dann eine Ahsoka, die auf einem Schiff steht und im Weltraum dann irgendwie die Flügel von einem Jäger abhaut, vielleicht sogar einen Ticken mehr verzeihen. Das mag durchaus sein, in der Live-Action-Serie war es halt einfach ein Ticken over the top. Look here, how good I am. Und ja, dann treibt dieses Schiff da, wie es der Namensvetter auch gerade eben geschrieben hat. Und dann denke ich mir so, ja, schieß jetzt drauf. Ja, nein, passiert natürlich nichts. Dass sie einen passenden Raumanzug hat, das finde ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Und diese Purgles, wie gesagt, die sind ja bei Rebels ja schon eingeführt worden und auch bei Mandalorian sieht man sie ja einmal ganz kurz schemenhaft im Überraum. Ich finde halt die, ich sag mal so, es gibt tolle schauspielerische Leistungen, über die wir gleich sprechen werden. Zum Beispiel Ray Stephenson, wir müssen bitte den Rest der Folge über Ray Stephenson sprechen. Also, das ist ja großartig. Aber auf der anderen Seite ist halt diese Shin oder so, also seine Apprentice, ja, die hat halt einen leichten Silberblick und guckt halt immer gleich. Also gleich angepisst. Und also da sind schon einige dabei, die jetzt nicht so, also die haben es Schauspielern definitiv nicht erfunden. Das ist auch dann alles ein bisschen, ja, ich klicke es gerade nochmal durch. Es ist halt sehr, sagen wir es mal so, sehr konservativ inszeniert. Also es wird halt sehr viel frontal im Cockpit aufs Gesicht gehalten. Es gibt, also wirklich immer frontal, es gibt keine Schrägen oder so, dass man mal irgendwie so ein bisschen schräg ins Cockpit guckt. Es ist immer eine frontale Kamera, dann ab und zu wird mal aus dem Cockpit rausgeschaltet, okay. Immerhin, es ist übersichtlich, man hat nie die Orientierung verloren. Das heißt ja heutzutage schon mal was, das kommt ja nicht so oft vor. Aber ansonsten ist es halt, sagen wir mal, sehr bieder inszeniert und da traut sich jetzt auch keiner irgendwie was. Aber ist es dann nicht genau das, was die Serie und Philonium Live-Action erreichen will? Wenn wir jetzt in die 80er, 70er zurückblicken auf Star Wars, da hatten sie ja auch einfach nicht die Kameratechnik, um diese geilen Schwenks zu machen. Und haben dann eher da drauf gehalten, ja, vielleicht haben sie ein bisschen Geruckel noch dabei gesetzt, um Spannung einzuführen. Aber letztendlich sind diese Szenen doch quasi eins zu eins ursprüngliches Star Wars. Ja, das ist natürlich richtig, aber A, sind wir nochmal 40 Jahre weiter und B, kann man halt auch als Schauspieler in einen Blick etwas reinlegen. Ja, und dann sind wir schon bei Ray Stevenson, der unglaublich viel da reinlegt. Und die junge Schauspielerin der Shin und auch ganz ehrlich auch Rosario Dawson und so weiter legen aktuell noch nicht so viel in ihre Blicke rein. Das ist alles bisher sehr, also holt mich schlicht und ergreifend nicht ab, sodass diese Folge für mich, abgesehen davon, dass sie halt den Plot auch fast gar nicht weitergetrieben hat. Wir haben Sabine schon in der zweiten Folge als Jedi scheitern sehen, da hätte ich nicht nochmal eine Trainingssequenz gebraucht und eine Kaffeetasse, die sie nicht bewegen kann. Dass Hera Sedulla keine Flotte kriegt, haben wir auch schon in der letzten Folge mitbekommen. Und dass dieses Star Ring, Ship Ring gebaut wird, bla, okay, wussten wir auch schon, genauso wie die Geschichte um die Karte. Also das war halt einfach, die hat mich nicht wirklich weitergebracht. Und dann gucke ich halt mal wieder auf die Uhr und denke mir, wir haben nur acht Folgen und die Hälfte ist schon rum. Get on with the show. Und das ist ja dein Gott sei Dank in Teil 4 passiert und zwar sowas von. Ja, da geht's richtig los. Also ich muss dir ein klein wenig nochmal widersprechen. Mach ruhig, dafür wirst du bezahlt. Nein, du kriegst ja kein Geld. Wäre doch schön, wenn wir dafür bezahlt werden würden. Ja, also ein paar Dinge haben wir vorher schon gesehen, aber genau das, dass Sabine anfängt jetzt nochmal zu trainieren in diesem neuen Licht, dass sie als Padawan wieder aufgenommen wird und dass Ahsoka das auch akzeptiert, ist doch ein Fortschritt. Dass sie jetzt trotzdem weiterhin scheitert und dass da eine gewisse Frustration ist, ist am Ende eine Vorbereitung dafür für ihren Switch, der denn in Folge 4 passiert. Okay, ja, das hätte man vielleicht sich viel besser nehmen, schneller nehmen können, aber das ist jetzt nur noch wieder eine Untermauerung. Okay, jetzt hat Ahsoka sie akzeptiert und jetzt versucht sie es selber nochmal, aber sie trotz dieser erneuten Unterstützung kein Vorankommen für sich. Und stürzt sich weiterhin, obwohl sie es anders wissen sollte, in die Frustration rein. Auch, dass sie am Ende, dass sie im Schiff an den Waffen dran ist und dann auch nicht wirklich erfolgreich ist, zeigt ja weiterhin, dass sie für diese Rolle nicht geboren ist und dass sie einen völlig anderen Ansatz finden muss und vielleicht einen anderen Lebensweg für sich. Was dann auch wieder in Folge 4 aufgelöst wird. Wir sehen das Schiff in Folge 3, wir sehen dieses riesige Ring-Ding, wie es vorbereitet wird und wir sehen es nochmal genauer, was damit passiert und was die damit vorhaben. Und dass es wirklich fast vollendet ist und das bringt uns einfach in diese, was ich eben schon gesagt habe, Sense of Urgency, das ist eine Dringlichkeit, das ist quasi ein Countdown hier gibt, der vielleicht nicht abgebildet wird, aber der dann subtil da hinterher schwingt. Wir sehen, dass Hera ein letztes Mal versucht, die Republic aufzurütteln, was aber auch wieder nicht funktioniert und dann sie endlich aus ihrem eigenen Schlaf aufwacht und dann wirklich die Zügel in die Hand nimmt. Also wir sehen schon ein Vorankommen, auch wenn wir ähnliche Status vorher, in den vorherigen Episoden gesehen haben, mit nochmal viel Exposition und Character Dump. Aber hier ist es etwas, was dann nochmal zementiert, ja, wir kommen aus einer Situation, die sich gerade nicht ändern lässt und die Leute müssen agieren, um das Schlimmste zu verhindern. Entsprechend ist es für mich ein Fortschritt in der Episode, für alle, die in 1 und 2 eingeschlafen sind, ist es dann nochmal die Bestätigung, okay, eigentlich hätten wir mit dieser anfangen sollen. Ja, das widerspricht nicht ganz dem, was du eben gesagt hast, aber ich finde, man sieht ein Fortschreiten doch schon, das dann zu diesem Countdown kommt. Ja, in Folge 4 ist der Countdown ja dann auch da und da kann ich ihn auch greifen und da wird er mir auch gezeigt und da fühlt man ihn auch und dann hört man ihn auch und dann sieht man ihn auch. Ja, ist es für mich eine richtig tolle, spannende Folge und die hat für mich aktuell wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, mich durchaus, also wenn das vorher so bei minus 5 war, dann sind wir jetzt zumindest wieder so auf 0. Ja, wir können jetzt gerne frisch, fromm, fröhlich, frei nochmal in diese Serie neu starten. Hatten wir das nicht bei Star Trek Strange New Worlds auch, wo es zwischendrin nochmal so eine Art kleinen Mini-Neustart der Staffel gab? Habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ich weiß gerade nicht mehr. Wieder aus deiner Sicht. Ja, aus meiner Sicht. Für mich nicht. Ja, du hast ja im letzten Drittel der Staffel, ist es wieder für dich angelaufen. Richtig, ganz genau. Und hier fühlt es sich auch so ein bisschen ähnlich an und ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, also der Balen Skull oder wie er heißt, das ist ja für mich der beste Antagonist, obwohl er noch gar nicht so viel gemacht hat, aber da liegt so viel drin in der Figur, da ist so viel in diesen Halbsätzen, die der von sich gibt, die so andeuten, dass man sagt so, ah, jetzt will ich aber auch wissen, woher kennt der? Anakin, woher kennt der den? Warum? Wieso ist er gefallen? Blah, Pi, Peng. Ist er überhaupt ein Sith oder ist er eigentlich nur irgendwie so ein grauer Jedi oder was auch immer? Also ganz, ganz großartig und wieder mal stiehlt ein Side-Character, dem eigentlichen Hauptcharakter und Namensgeber, die Show. Hm, ja, also Ray Stevenson channelt ganz stark den Sean Connery hier drin. Allerdings, ne? Auch optisch. Ja, auch optisch. Wenn wir uns jemanden Sean Connery, James Bond als Jedi vorgestellt hätten, als Sith, dann hätte das in der Art und Weise funktioniert. Auch dieser Charme, der in dem ganzen Dreh drin liegt. Aber das macht auch einerseits seine Statur, andererseits die weißen Haare und dann die Art und Weise, wie er sich gibt, kann ich von uns ganz zustimmen. Ja, und wieso, wieso stiehlt er Ahsoka die Show? Weil Ahsoka leider dann nicht viel zu tun hat. Wir haben, auch hier wieder, als ich mir diese Zusammenfassung angeschaut habe, wie wir zu dem Punkt von Clone Wars und Rebels gekommen sind, das waren ja spannende Entwicklungen für Ahsoka. Er hat sich ja als Charakter enorm weiterentwickelt, aber hier sehen wir nur die weise Jedi, die weise Ex-Yedi, die sich selber gefunden hat, aber dann teilweise nur an sich zweifelt. Und da kann man am Ende nicht so viel, gibt es einem auch nicht so viel Futter, was man spielen kann, außer wenn man so einen absoluter Charakter darstellt, wie Ray Stevenson es scheinbar war. Muss man ja leider sagen, war. Ja, dabei habe ich Ray Stevenson, ich meine, am Anfang seiner Karriere eher so als Ralf Möller-Verschnitt so wahrgenommen, ne? Als er den Panischer gemacht hat und dann den Gladiator in, na sag, in Rom und so weiter, da hast du dann eher so als, ja, als Ralf Möller-Verschnitt irgendwie so wahrgenommen. Und dann hat er sich jetzt so im Laufe seiner Gegenänder, also er war ja nie den großen Durchbruch irgendwie geschafft und jetzt posthum, ne? Sagt man ja, verdammt, würde ich eigentlich mehr von ihm sehen. Ich habe auch vorhin überlegt, sagt man das jetzt nur in dem Wissen, dass er halt leider nicht mehr unter uns ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen, nein, nein, das ist ein ganz, ganz, also dieser Charakter ist interessant. Man will ja mehr über ihn wissen, warum, wieso, weshalb. Und er ist für mich auch nicht so. Weil er auch nicht komplett böse ist, weil er dann auch sagt, im Hintergrund, ja, Erfahrung, Erfahrung spricht daraus, diese Trauer, die er auch in diesen Satz mit reinbringt, ja, da merkt man, da ist eine Geschichte hinter uns, wenn er sich die nur selber ausgedacht hat. Ja, und das ist wirklich mal, ganz ehrlich, das hatte ich bei Darth Maul nicht mal ansatzweise. Also bei Darth Maul wollte ich niemals wissen, wo der herkommt, was der macht und so weiter. Der hat jetzt auch natürlich nichts zu sagen gehabt, großartig. Aber außer, dass er halt einen coolen neuen Kampfstil reingebracht hat und ein doppelklingiges Lichtschwert, war da jetzt halt auch nicht so viel dahinter. Und bei ihm habe ich zumindest sofort das Gefühl, ja, jetzt hätte ich gerne zumindest mal eine Folge mit einem Flashback von ihm, was mit ihm passiert ist. Leider haben wir nur noch vier Folgen, was wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber hätte ich jetzt gerne. Und ich mag keine Flashbacks, aber jetzt hätte ich gerne einen. Ja, das ist jetzt der Vorteil in der Zeit, in der wir uns befinden, in der sehr viel wirklich in diesen Grautönen gezeichnet wird, auch visuell. Richtig, ja. Weil in der ursprünglichen Trilogie, in dem Original, hatten wir ganz klar Schwarz-Weiß-Trennung. Die waren die Bösen, die waren nicht die Bösen. Dann kamen noch ein bisschen die Aspekte dazu, ja, dass Vader nicht immer der Böse war, dass er scheinbar doch gut war. Aber man hatte diese klare Trennung. Und auch so in den Prequels hatte man die Thys, die gegen die Jedi gestanden haben. Und man wusste, woraus alles hinaus lief. Hier wissen wir nicht, wo es draus hinausläuft. Auch in den Sequels haben wir ganz klar wieder die First Order gegen alle gehabt. Aber bei denen war es auch deutlich, Leni Riefenstahl-Optik und hier bei ihm ist es, er kommt aus einer Zeit, wo alles nicht mehr so existiert in der Art und Weise. Wir haben mit Thrawn einen potenziellen Antagonisten, der auch nicht nur in Schwarz-Weiß-Tönen gezeichnet ist, sondern der auch eine deutlich interessantere Backstory hat und Motivation dahinter hat, die nicht nur da sind. Ich beherrsche das Universum. Und hier wirft er einfach, wie du gerade schon gesagt hast, so Nebensätze rein. Er sagt, ja, es muss erst etwas, auch wie klischeehaft es ist, aber es muss etwas zerstört werden, bevor es wieder aufgebaut werden kann. Er scheint ja zu sehen, wie es der New Republic geht. Er scheint ja zu sehen, dass die Galaxie in einem Zustand ist, der ja immer noch nicht perfekt ist. Und vielleicht sieht er Thrawn als die Lösung dafür, weil Thrawn nicht der Imperator ist. Und das zeigt Lebenserfahrung. Ja, und ich mag auch seinen Kampfstil. Er ist so richtig, also der passt auch zu seiner Statur, weil er mit wenigen richtig festen, kräftigen Schwüngen arbeitet. Und nicht so, also fast schon ein bisschen oldschool, wie das so in den alten Filmen war, weißt du? Und nicht so elaboriert, weil Ahsoka ist, die hüpft da wie so Flubbi-mäßig rum, aber er halt überhaupt nicht, sondern er hat einfach nur, ja, Kraft. So ein bisschen wie der Hound in Game of Thrones. Stimmt. Er musste jetzt nicht den Count Dooku geben, wo so ein Christopher Lee rumhüpfen musste, wie alle anderen. Ja, allerdings. Schön fand ich ja auch, dass Sabine, das fand ich wirklich mal erfrischend, weil ich hatte wirklich die Sorge, dass sie jetzt aus Sabine auch so eine Raid 2.0 machen. Aber ich glaube, das Thema Jedi und so und Sabine ist bis auf Weiteres erstmal durch, weil das merkt man auch beim Kämpfen. Lichtschwert ist nicht ihr Ding, sie braucht ihre Mando-Ausrüstung und dann ist sie gut. Und dann ist sie gut. Ja, aber das zeigt auch hier wieder, also es zeigt ja indirekt das Problem mit dem alten Jedi-Orden, dem Ahsoka ja immer noch anhängt, auch wenn sie einen besseren Jedi-Orden hätte sehen wollen. Dass einfach die Philosophie, die dahinter ist, die auch sehr viel im Schwarz-Weiß-Denken unterwegs war, nicht förderlich war, um dann am Ende nicht solche Cislords wie Vader zu produzieren, nicht so einen Downfall von Anakin hinzubekommen. Da hatte der Jedi-Orden ja einen ganz großen Anteil dran, dass einfach diese Dinge passiert sind in der Art und Weise, wie er aufgebaut war und diese gleichen Fehler werden bei Sabine in der einen oder anderen Art begangen und sie scheint da ja auch keine Lust drauf zu haben. Was ich aber nochmal auf den einen Aspekt zurückkommen möchte, wo wir jetzt gerade bei den Kämpfen waren, vor allen Dingen jetzt Baelin gegen Ahsoka. Das fand ich in dieser Folge sehr schön vorbereitet. In dem ersten Kampf, als sie dann mit der Henschfrau da gekämpft hat, da hat sie sich gar keine Mühe gemacht oder mit dem Androiden sich erstmal ihres Mantels zu entledigen. Und hat das ganz cool durchgezogen und da hat man gesehen, wer die Person war, die mehr Macht hatte, wer die erfahrenere Person war und wer einfach hier eine Daseinsberechtigung hatte. Und dann, als sie mit ihm in den Konflikt gegangen ist, haben sich die Rollen ganz schnell gedreht. Er hat den Mantel abgelegt, sie hat den Mantel richtig weggeworfen, sie hat nicht gewartet, dass er attackiert. Sie hat als erstes attackiert und hat dann auch die Fehler gemacht, die die Frau vorher bei ihr gemacht hat. Ja, ganz genau. Ist mir auch aufgefallen, dass sie angefangen hat anzugreifen. Ja. Und ja, es waren zwei wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, gut inszenierte Kämpfe, die sogar sehr gut nebeneinander funktioniert haben. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass, ich meine, die, dass die Shin vielleicht auch nicht mehr so lange die Apprentice ist. Vielleicht nimmt er dann doch Sabine, das glaube ich aber nicht. Ich glaube, Sabine und Macht ist durch. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Höchstens ganz am Ende mal mit irgendeinem. Aber da war ich ja so froh, dass es jetzt nicht auch nochmal so einen Charakter gibt, der dann irgendwie in einem Wutausbruch plötzlich dann seine Jedi-Powers entdeckt und keine Ahnung, irgendwie sowas. Sondern, dass sie halt eben wirklich, ich hatte so die Sorge, es geht Richtung Rey, aber nein, ist es nicht. Und von daher bleibt mir Sabine weiterhin ein wunderbar vielschichtiger Charakter, wo man sowas angedeutet hat. Und von daher fand, war es ja okay, dass man die ersten zwei Folgen in diese Richtung so ein bisschen gegangen hat, um es jetzt so ein bisschen umzudrehen. Und es war halt einfach viel zu langartig und viel zu redundant. Aber grundsätzlich hat mir das alles ja schon sehr gefallen. Und auch das Ende. Weiterhin, das ist dieses Problem, gerade bei Disney-Plus-Serien mit durchgehender Story. Wir haben hier nicht eine klassische Serie, die in jeder Episode für sich funktionieren kann. Sondern es ist im Prinzip ein großer Film auf acht Episoden gestreckt. Und in diesem Film wird sehr viel Füllmaterial eingebaut. Ich kann mir so gut vorstellen, wie das als einzelner Film funktioniert hätte. Aber leider natürlich nicht den Appeal hat, wie so eine Mainline, wie so ein Episoden-Film oder wie so ein Han Solo-Film. Und dementsprechend auch nicht der Mut, einfach bei Lukas' Film aktuell besteht, solche Experimente einzugehen. Weil der Film in so einem richtigen Samurai-Stil hätte ich mir den wunderbar kurzweilig vorstellen können. Ja, das ist allerdings richtig. Das habe ich auch mehr als einmal gedacht. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, was wäre das für ein guter, knackiger Film oder ein Zweiteiler oder sowas gewesen. Zweimal 90 Minuten da. Das wäre richtig knackig, hätte ich das machen können. Und das wäre eine schöne Star-Wars-Action gewesen. Und dann wäre man da, glaube ich, so ganz anders rangegangen. So müssen wir uns ja jetzt fast sechs Stunden dadurch quälen. Und mal gucken, was dann halt am Ende noch so ein bisschen bei rauskommt. Und ich habe gerade eben noch mal ganz kurz, um auf den Marrock einzugehen, mir noch mal sein Ableben angeschaut. Also das ist schon sehr, ja, fast schon wie so ein Geist, der aus ihm rausgeht. Also er löst sich gar nicht so wirklich so in Staub aus, sondern das bricht so aus ihm raus. Und dann bleibt nur noch irgendwie so ein Skelett übrig. Also das kann schon sein, dass es vielleicht von diesen Datumier-Hexen sozusagen was Wiederbelebtes war. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der Balin vielleicht, weil der kennt ja den Anakin und der weiß ja dann auch, dass aus dem Vader geworden ist, ist dann auch nicht mehr das große Geheimnis der Galaxis anscheinend. Aber okay, vielleicht war der ja einer von den von den Jünglingen und hat die Abschlachterei von Anakin überlebt oder so. Aber das kann ja nicht ganz sein. Das kann ja nicht funktionieren. Kann ich nicht sagen. Wieso? Wie alt muss dann Ahsoka gerade schon sein? Wir wissen ja nicht, wie alt diese Rasse ist. Außerdem haben wir doch, glaube ich, gesagt, das spielt doch 60, 70 Jahre danach. Das passt schon. Ist es wirklich 60, 70 Jahre danach? Ja, okay, du hast, ja, stimmt. Die Prequels, dann waren 30 Jahre auch wirklich in, ich wollte gerade in-game, in-story 30 Jahre. Okay, wir haben nach den, in den Clone Wars ist sie sehr jung. Da wird sie als Apprentice von Anakin genommen. Genau. Dann haben wir 30 Jahre später, da ist die Rebellion und unsere Originaltrilogie. Und das sind dann nochmal fünf Jahre später. Also so viel kann das nicht sein. Das können 30, 40 Jahre sein. Aber dann kann er nicht von so einem Jüngling zu so einem alten Haudegen geworden sein, meiner Meinung nach. Also das passt noch nicht ganz. Ach man, ja, wahrscheinlich hast du recht, aber es wäre trotzdem gut. Ja. Ja, schau mal. Wenn es überhaupt erklärt wird. Überlebt er die Staffel? Überlebt er die Staffel oder nicht? Naja, das ist halt die Frage, ne, hätte er sie überleben sollen und man muss sich jetzt was einfallen lassen oder nicht? Ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass er sie wahrscheinlich hätte überleben sollen, aber jetzt natürlich man sich was einfallen lassen muss. Also es wäre schade, wenn man, also man kann jetzt ja nichts anderes machen, aber es wäre schade, wenn man den wirklich dann gekillt hätte. Ich weiß auch gar nicht, ob es da jetzt überhaupt eine zweite Staffel von Ahsoka überhaupt gibt. Also ist ja witzig, wir sind noch nicht mit der ersten rum, gucken schon nach der zweiten, aber ich google mal eben schnell, warte mal. Ja, es wird ja ganz offensichtlich weiterhin auf Air to the Empire hinauslaufen. Also die zweite Staffel ist aktuell noch nicht in trockenen Tüchern, aber da muss man nochmal gucken, wie sich das Ganze jetzt wahrscheinlich entwickelt. Aber aktuell, und das ist Stand Mai, ein Artikel, war die Sache jetzt noch nicht fix. Also da war der Ray Stevenson ja, glaube ich, schon leider gestorben. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Ich bin, bin da sehr gespannt. Ja, ansonsten streitet man sich natürlich um die heilige Botscha-Kugel, okay. Da denke ich, da habe ich mir trotzdem immer so gedacht, ach, nimm doch mal ein anderes Prop. Okay, und dann kommen wir natürlich zu der allumfassenden Entscheidung für diese Folge, da ist nämlich Sabine, naja, ich will nicht sagen, die Seiten wechselt, aber sie hat halt keine Familie mehr. Was auch schön war, dass man das erklärt, dass sie keine Family mehr hat, weil man dann eben diesen Rückblick auf die Auslöschung von Mandalore durch das Imperium und so weiter kommt, wo sie dann ihre Eltern verloren hat. Das heißt, ich kann sie vollkommen verstehen, dass sie zum einen Ezra wiedersehen will und zum anderen mit dem Überbleibsel von Imperium noch eine Rechnung offen hat. Ich kann den Beruf verstehen. Ich hätte es vielleicht nicht so gemacht und hätte dann vielleicht gesagt, ja, pass auf, ich gebe dir die, aber warum sie sich dann gefangen nehmen lässt, weiß ich nicht, da hätte man vielleicht noch ein bisschen Deal aushandeln können, aber egal. Ja, und dann auch wieder dieser Blick von Ray Stevenson, da liegt dann auch wieder, dann ist er plötzlich wieder so gütig, da hat er so viel Güte in diesem Blick, ja, und ja. Da spricht die Erfahrung, da spricht auch die Möglichkeit, viele Leute zu, vielleicht auch diese Manipulation, die er dahin bekommt, er versucht ja gar nicht weiter mit ihr zu kämpfen, er zieht sein Lichtschwert ein und macht das rein auf kommunikativer Ebene, sie zu überzeugen, hey, mach das. Ich sehe hier jemanden, der im Zweifel ist, das kann ich gut ausnutzen und ob die Gefühle dahinter ehrlich sind oder nicht, das werden wir ja noch in irgendeiner Art und Weise vielleicht erfahren. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie nicht völlig unehrlich sind, also er will natürlich schon seinen Vorteil haben, aber ich glaube, er gehört durchaus vielleicht noch zu denen, die im Laufe der Serie noch geläutert werden. Ich glaube, er kriegt seinen Schlaf noch. Sabine schlägt sich auf Thrawns Seite und das wird vielleicht in einem Air-to-the-Empire-Film aufgelöst und er wechselt auf die Jedi-Seite. Naja, es kommt glaube ich ein bisschen drauf an, auf welche Seite Ezra sich geschlagen hat, das wissen wir ja nicht. Also der hat natürlich mit Thrawn gekämpft, als sie in der letzten Folge von Rebels in die andere Galaxis gezogen wurden, aber da sind ja auch ein paar Jahre vergangen und dann waren die da vielleicht auf sich gestellt und who knows, vielleicht ist er jetzt da adoptiert worden. Und Ezra hat ja auch immer so ein bisschen mit der dunklen Seite rum experimentiert. So ganz, ähm, der Luke war der definitiv nicht, ja und von daher kann es durch das. Das finde ich gerade übrigens noch das, das finde ich gerade übrigens noch das Schwierige an dem Ganzen. Es hängt so viel an der Figur von Ezra. Und viele, die Live-Action gucken, die kennen ihn nicht. Es wird viel über ihn gesprochen und er wird so als mystische Figur aufgebaut, weswegen Sabine alles liegen lässt und alles riskiert, dass so ein Bösewicht zurückkommt. Wir reden immer über Thrawn als die ultimative Bedrohung. Wir reden über Ezra als jemand, der gerettet werden muss. Aber die Serie stellt sich vielleicht selber ein Bein, in dem sie die beiden Figuren so aufbaut und dann am Ende nicht halten kann, was sie uns verspricht. Das, das ist das, woran ich gerade zweifle. Okay, ich fand den anderen Aspekt, ja, bin ich bei dir, kann passieren. Vielleicht kriegen wir aber auch mit Thrawn sozusagen gar nicht den eigentlichen Bösewicht gezeigt, sondern vielleicht ist ja Ezra inzwischen auf einer anderen Pfaden unterwegs. Who knows, ja. Wenn es jetzt eine Star Trek Episode wäre, wäre er natürlich der König in dieser Galaxis, ja. Und die Enterprise würde dann kommen und dann sagen, ja, Moment mal, das geht aber nicht. Wir müssen jetzt hier alles einreißen, ja. Ja. Aber dann hätte er auch keine Chance, aus der Galaxis wieder zurückzukommen. Nein, natürlich nicht. Da erinnere ich mich an die Folge mit den Ferengi, die, war das in TNG? Da sind die doch, glaube ich, die Folge hieß der Basalhandel, diese Ferengi, die durch dieses Wurmloch dann im Delta-Quadranten rauskommen und dann in einer Voyager-Folge trifft man wieder auf die. Erinnerst du dich an die zwei? Mhm. Ja. Die dann irgendwie so einen Planeten auch komplett unterjocht hatten, hatten wir halt auch letztens in Strange New Worlds wieder. Mhm. Ja. Aber, äh, ja. Ja, komm, ist alles 20, 30 Jahre her, das kann man nochmal neu absenden. Ja, wie gesagt, es gibt halt einfach nichts Originelles mehr da draußen. Ähm. Ganz blass bleibt halt für mich die Lisbeth, ne? Also die Lisbeth ist für mich völlig, wie gesagt, die steht da, hat die Hände in der Rücken verschränkt und Channel Michelio, mehr macht die halt nicht. Und, ach, wenigstens, wenigstens, äh, zieht sie's durch und gibt dann den Befehl zum Hyper-Aum-Sprung durch diese kleine Rebellenflotte durch, wenigstens. Ja, da hab ich ja schon Sorgen. Ja, sie ist, sie ist die Böse Böse hier. Mhm. Also sie ist die Böse mit wenig, mit wenig Ecken und Kanten. Ich fand's auch gut, dass sie das gemacht haben und dass das Konsequenzen für die Guten hatte. Aber das ist mittlerweile ja auch ein Move, den fast alle Serien bringen. Erinnerst du dich so, Anfang der 2000er, in den 90ern haben Serien sowas nicht durchgezogen. Die haben's immer angeteasert und im letzten Moment wurde's in so einer Planet of the Week oder in so einer Fall-der-Woche-Episode gerade noch verhindert. Und jetzt hat sich es in den letzten 20, 30 Jahren stark verändert, dass Sachen, die angeteasert werden, dass etwas Schlimmes passiert, am Ende auch eher passiert, als dass es nicht passiert. Ich überlege gerade, wann's angefangen hat. Das Gegenbeispiel dazu fällt mir gerade ein bei PK Staffel 1, die Romulanische Generalin oder Admiralin, die da stundenlang vor dem Planeten mit den Sünden ist und tausendmal sagt, jetzt schießen wir, jetzt gleich, visieren sie es an, laden sie alles, gleich schießen wir. Das war ja schon albern. Aber ich glaube, das fing so an mit der neuen Art von Serienerzählung. Ich erinnere mich, dass bei Serien wie The Shield, The Wire, Sopranos, so diese Krimiserien, dass die ja teilweise auch sehr drastisch mit Hauptcharakteren umgegangen sind, die dann auch wirklich gekillt und nicht in letzter Minute nochmal gerettet wurden. Ja. Da, also so ungefähr müsste das so ein bisschen angefangen haben. Ich meine auch, dass bei 24 in den ersten Staffeln durchaus der ein oder andere unerwartet hops gegangen ist. So um den Dreh ging das los, als zumindest in den Krimiserien dann auch wirklich nicht jeder in letzter Minute nochmal gerettet wurde. Ja, ja, stimmt. Das war so Anfang der 2000er, wo es sich gedreht hat. Dann hatte man einerseits so ein Heroes, die es angeteasert haben und wo sie es verhindern konnten und andererseits dann so ein Shield oder Sopranos, wo dieses Klischee auf den Kopf gestellt wurde. Und das ist, also Fernsehen ist heutzutage leider nicht mehr so unberechenbar, wie es damals zum Anfang des goldenen Zeitalters war. Heute sind es wirklich sehr, sind wir wieder sehr in Formeln drin, wo man ganz stark sehen kann, woraus läuft es hinaus. Gerade hier, wir sind zur Halbzeit und dann ist es klar, dass die nicht verhindern, dass dieses Ding losfliegt. Und es ist klar, dass die gewisse Tode oder Konfrontationen durchziehen und wir nicht in letzter Sekunde dann gerettet werden. Deshalb sind solche Countdowns zwar okay, aber mittlerweile weiß man, dass die Countdowns dann auch runtergezählt werden und die Atombombe explodiert, weil mittlerweile überall die Atombombe explodiert. Ja, die Zeiten wie bei James Bond, wo das dann bei 007-Countdown stehen blieb, die sind in der Tat vorbei. Das ist richtig, ja. Und ich wünsche mir da wieder so eine Unberechenbarkeit. Das ist vielleicht nicht direkt in die eine oder die andere Richtung tendiert, aber es ist natürlich auch unglaublich schwer zu schreiben, sowas. Ja, es ist nicht unmöglich zu schreiben, es ist halt schwierig zu schreiben. Was übrigens auch extrem berechenbar ist, ist Disney und das De-Aging. Also, dass sie es halt nicht können. Und wir haben dann der Kampf mit Baelin und Ahsoka endet ja damit, dass Ahsoka über die Klippe springt, im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann wissen wir nicht, was mit ihr passiert. Und sie wacht dann im, schon in der letzten Folge von uns angesprochenen und etwas erklärten World Beyond Worlds, also in der Welt zwischen den Welten auf. Und dort wartet auf sie, gell, Surprise. Und damit habe ich in der Tat wirklich nicht gerechnet. Nicht in dieser Form. Ich dachte, wir sehen vielleicht Hayden Christensen und Anakin nochmal, aber irgendwie in einem Flashback. Aber nein, der wartet dann da auf sie. Jetzt gehen natürlich die Kernendiskussionen wieder los, warum der dann so aussieht und so weiter. Ich erkläre mir das immer damit, dass Force Ghosts sozusagen immer so aussehen, wie das letzte Mal, als sie noch gut waren. So erkläre ich mir das. Oder ist er vielleicht derjenige, der das letzte Mal gut war? Ich glaube, in diesem Recap habe ich auch gesehen, wie Anakin in dieser World Between Worlds selber schon war, oder? Also der war ja selber da unterwegs. Vielleicht ist das die frühe Version von Anakin, die noch gar nicht weiß, was mit ihr passiert. Das wäre möglich. Es gibt im Rahmen mit dieser Magic, die ich das letzte Mal erwähnt und erklärt habe und diesen Schwestern von Dathomir und so weiter und dieser World Beyond World gibt es auch. Es gibt noch so Wesen, ich habe gerade vergessen, wie sie heißen. Die sind fast Götter im Star Wars Universum. Die kommen in Clone Wars vor, die kommen in Rebels, glaube ich, auch kurz vor, aber hauptsächlich in Clone Wars. Und es kann durchaus sein, dass wir, und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen meine Theorie, dass das jetzt nicht der Force Ghost von Anakin ist, sondern dass das eher so wie bei Sisko und den Wurmlochwesen eine von diesen göttlichen Figuren ist, die halt irgendwie so eine Gestalt annimmt, die diejenige Person, die da ist, halt am liebsten mag, um sich mit der am besten zu kommunizieren oder so. Wäre jetzt so meine Theorie. Ich glaube nicht, dass das so der klassische Force Ghost ist. Glaube ich nicht. Aber ich lasse mich überhalten. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die Serie ist nicht so komplex. Wir schreiben, dass die Marvel-Univers, ne? Das ist alles aus dem Filo-Univers. Ja, wir schreiben, dass diesen Marvel- und Disney-Serien immer diese komplexen Theorien zu und am Ende ist es meist die einfachste Lösung, die es gibt. Es ist Anakin. Deshalb, ich bin nicht so, ich wiederhole mich ständig heute, aber ich bin wenig in Rebels und Clone Maus drin. Schreibt der so clever? Schreibt der so komplex und kompliziert? Naja, die Welt, die er so aufgemacht hat, ist schon deutlich komplexer als das, was Lukas Schorsch früher so gemacht hat. Er macht ja eben diese Magic-Geschichten auf, diese Schwestern von Dato Mir, die World Beyond World, die übrigens nicht zum Zeitreisen gedacht ist, sondern in der Tat eher so, wie ich das beim letzten Mal sagte, als so eine, ja im wahrsten Sinn des Wortes Welt zwischen den Welten, die verschiedenen Nexus-Events miteinander verbindet und jetzt nicht so die klassische, also ich kann nicht überall hin. Und ich kann wohl auch nur dahin für die Person, die da drin ist. Also du könntest woanders hin als ich. Ja. Und wie jetzt Ahsoka da reingekommen ist, das ist ja noch die Frage. Sie war da ja schon mal, da hat Ezra sie ja aus der Vergangenheit sozusagen, also Ezra war in der Zukunft und hat sie dann aus einem Kampf mit Vader, bei dem sie eingestirbt, in letzter Sekunde aus dieser World Beyond World raus oder da reingezogen. Und also das ist alles noch so nicht so ganz ausdefiniert, aber es ist definitiv und das kann man glaube ich in einem, wo war das, war glaube ich in einem Making of to Rebels, was ich mal gesehen habe. es ist kein, keine klassische Zeitreise Geschichte, es ist eher so ein, so eine, ja ein bisschen mehr Multiverse sozusagen, aber auch nicht, sag ich auch, auch im Grunde genommen nicht, sondern du kannst einfach nur, wenn du da drin bist, zu gewissen Ereignissen, die für dich, die Menschen oder die Personen, die dir wichtig sind, da kannst du hin. Aber du kannst jetzt nicht als Ezra die Todessternvernichtung aufhalten, so habe ich es verstanden. Also ist das Mycelennetzwerk? So ein bisschen, aber halt, so wie ich es verstanden habe, immer nur für diejenigen, die halt da drin sind, individuell. Also du kannst jetzt nicht, wenn du da drin bist, sagen, ah ja, ich flüstere jetzt dem Tarkin die Schwachstelle vom Todesstern zu, weil da hättest du gar keinen Accesspunkt zu. So habe ich es verstanden. Hm, okay, es ist eine Zwischenebene. Richtig, ganz genau. Fast Travel sozusagen. Fast Travel. Ja, jetzt für mich auch die Frage, wie sie da reingekommen ist, ob sie das unterbewusst gemacht hat, ob sie von Anakin reingezogen wurde, ob sie von Ezra reingezogen wurde, große Frage. Aber Disney hat ja auch scheinbar Großes vor, denn die nächste Episode wird, weil einfach gerade keine Kinokracher da sind, in den USA und in ein paar anderen Ländern im Kino gezeigt. Ja, da habe ich mir auch gedacht, okay, entweder ist es das, weil keine Kinokracher da sind oder sie haben vielleicht wirklich was, was auf die große Leinwand gehört. Hm. Ja, Halbzeit ist vorbei. Wir haben noch vier Episoden. Ich bin semi-optimistisch. Bin ja eigentlich so und so immer der optimistische Mensch hier. Benefit of the doubt und so weiter. Ich glaube, sie sind jetzt in diesem Highlight drin. Vielleicht wird die nächste Folge auch noch ein Highlight, aber die letzten Star Wars Serien haben ja zwischendurch auch solche geilen Episoden gehabt, um dann in der nächsten wieder deutlich abzufallen. Also die müssen uns noch vom Besseren überzeugen, dass es hier jetzt nicht wieder so ist, auch wenn ich die Serie insgesamt deutlich besser finde als so ein Book of Boba Fett zum Beispiel. Ja, absolut, Book of Boba Fett habe ich auch die ganze Zeit gedacht, so ey, what's the point? Get home with it. Und hier habe ich jetzt zumindest mal wirklich eine Folge gehabt, die ich spannend fand. Da habe ich seit langem mal wieder sowas wie mitgefiebert und ich habe seit langem mal wieder ein Star Wars Feeling beim Star Wars Gucken gehabt, weil diese Lichtschwertkämpfe waren einfach richtig, das war, das hat gekracht und das war richtig gut inszeniert und das hat, das war auch nicht so, weißt du, so fasziniert ich am Anfang von diesen Lichtschwertkämpfen war von den Neuen dann, die dann mit den Prequels kamen, ja. So gelangweilt bin ich inzwischen davon, dass halt so, ach und es muss halt immer over the top und noch mehr rumhüpfen und noch mehr rumhüpfen und noch mehr und hier waren die irgendwie wieder so down to earth, hier haben die einfach so mehr oder weniger einfach nur drauf gekloppt, ja. Und so wie früher. Also das war wirklich schöne alte Vibes, die ich da hatte. Das hat mir wirklich sehr gefallen, diese vierte Episode und hat für mich die dritte dann, ich glaube, wäre die als eine Episode erschienen, dann hätte ich gesagt, der erste Drittel nicht so, aber der Rest passt. Ähm, so ist die. Ja, man bräuchte so einen kleinen Re, man bräuchte so einen kleinen Re-Cut. Ja. Erste Episode mit Teilen der zweiten, dritte Episode mit Teilen der zweiten und dann die vierte hier. Exakt, genau. Und dann, aber gut, wir leben halt im Zeitalter des Contents etc. Und von daher brauchen wir natürlich viele Menschen, die über mehrere Wochen hinweg einen Streaming-Dienst abonnieren, damit sie dann eben nicht kündigen, beziehungsweise ich zumindest zwei Monate von denen abgreifen kann. Es ist eines Tages alles einfach eingeschickt. Und irgendwo, irgendwo müssen wir ja unser, unser Social-Media-Brot mal verdienen. Dadurch, dass die ja ein bisschen Serien das so machen, haben wir ja auch was zu tun. So, so sieht's aus, ne? Ich werde demnächst vielleicht ein bisschen weniger zu tun haben, weil ich hab gehört, beim DFB ist gerade eine Stelle frei geworden, werde ich mich mal drauf bewerben. Mal gucken, vielleicht, ja, mal gucken, wenn, dann schicke ich dir den Hansi Flick vorbei, dann kann dann hier mit dir über Graugänze reden, dann könnt ihr dann hier vielleicht dann mal so einen Podcast machen. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns an info.nerdizismus.de eure Meinung zu diesen beiden Folgen, zu eurer Meinung zu Ahsoka insgesamt. Wir freuen uns natürlich auch, wie immer, über Sprachnachrichten an die 015259647709 oder natürlich auch Whatsapps. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn der ein oder andere mal eine kleine Tasse oder ein T-Shirt unter nerdizismus.de slash shop kauft. So, wie geht's weiter? Natürlich geht's hier weiter mit Ahsoka. Da haben wir natürlich nochmal zwei Folgen für euch vorbereitet. Ich habe jetzt aber irgendwie eine kleine Verwirrung, Michael. Lower Decks nicht mehr bei Amazon, sondern jetzt bei Paramount Plus. Aber Paramount Plus kann ich dann wieder bei Amazon reinholen. Und in den USA läuft's irgendwie demnächst an. Aber bei uns irgendwie im Dezember, das ist ja schlimm. Nee, nee, Lower Decks läuft schon. Lower Decks ist jetzt schon gestartet. Aber du hast recht, die Verwirrung ist komplett. Amazon scheint entweder die Rechte abgegeben zu haben oder Paramount Plus hat sich die auf irgendeine Art und Weise wiedergeholt. Das heißt, wir haben wirklich nur noch Netflix für die alten Serien, wegen den Rechten hier in Deutschland und Paramount Plus für alles, was Neues Star Trek angeht. Also das Zuhause von Star Trek ist für den aktuellen Zeitpunkt Paramount Plus. Und Paramount Plus muss man auch nutzen, um eine der besten Star Trek-Serien zu gucken, die jetzt auch wieder zwei großartige, richtig gute erste Episoden rausgehauen haben. Und ja, Account-Hopping und Channel- und Streaming-Dienst-Hopping wird wahrscheinlich zur neuen Sportart in den nächsten Jahren werden. Ja, und unter Umständen dann noch vielleicht der Killer. Ich glaube, es wird dann irgendwann so ein Trivago oder HS oder so für Streaming-Dienste geben. Einfach wieder so ein Aggregator oder sowas. Für den du dann 20 Dollar bezahlst und dann irgendwie so alles drin hast. Keine Ahnung, es ist beim Blickteil einfach nicht mehr so durch. Wir müssen jetzt noch mal schauen. Wir haben natürlich ein kleines Problem. Liebe Star Trek-Freunde da draußen, wir haben nämlich die dritte Staffel überhaupt nicht besprochen. Haben wir überhaupt nicht darüber geredet? Nein, über die dritte Staffel haben wir nicht gesprochen. Das wollten wir immer und dann haben wir es aber irgendwie nicht gemacht. Oh. Wäre für mich ein Grund, die nochmal zu schauen. Aber ich weiß nicht, wie es mit dir aussieht. Ich nicht mehr, aber dann mach doch Folgendes. Du guckst das ja gerne, dann guck das doch nochmal und dann kannst du ja einfach mal eine kleine Single-Folge dazu aufnehmen. Schauen wir mal. Ja. Jetzt siehst du, so begeistert bist du dann auch nicht mehr. Ja, es ist schon was anderes, alleine drüber zu reden und die meisten haben wahrscheinlich auch keinen Bock mehr, alleine dann zuzuhören. Ich brauche schon eben jemanden, mit dem ich hin und her bouncen kann. Schreibt das in die Kommentare, ob der Michael das alleine machen soll, ob ihr euch das anhören würdet oder nicht. Mal schauen, vielleicht findest du ja noch jemanden mit dem, der hat so mit dem Jan die ersten zwei Staffeln bequatscht. Vielleicht möchtest du ja mit ihm da nochmal die dritte bequatschen. Aha, das stimmt. Schreibt uns einfach, neue Seite, nordizismus.de, grüner Feedback-Button, da seht ihr alles, wo ihr uns drüber kontaktieren könnt. So sieht's aus. Mit The Walking Dead geht's dann auch bald wieder weiter und wir quizzen auf der MagicCon Ende September am Sonntag um 12 Uhr sind wir im großen Saal auf der Main Stage und werden wieder fleißig quizzen. Und an dieser Stelle dann auch nochmal der Hinweis, 20.10. Nerdy Christmas live im Rabbit Hole Theater. Es gibt immer noch keine Karten zu kaufen, das macht die ganze Sache nur noch begehrenswerter. Es wird jeden Tag, kann es soweit sein, dass es auf der Webseite vom Rabbit Hole Theater ist. Ich weiß es, wir haben das Programm, es steht schon, es wird großartig, es wird fantastisch. Macht euch einen Knoten ins Taschentuch, 20.10. Hinter bald gibt's Karten, aber es gibt nicht viele, also von daher haltet euch ran, verfolgt uns auf Social Media und dann werdet ihr das nicht verpassen. So, in diesem Sinne, ich gehe jetzt mal 14 Tage in Urlaub, wohlverdient, fahre nach England, schaue mir dort ein paar Dinge an und werde dann wieder bei euch sein, wenn wir über die nächsten beiden Folgen von Ahsoka reden, nämlich die Folgen 6 und 7. Und in diesem Sinne, macht euch heute bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums.